Hallo und willkommen bei Hartverrat. Hier das Update des 1300 Euro Gaming Computers März 2018. Auch diesmal wieder die Waren und Grafikkarten sind derzeit maßlos überteuert, man zahlt also viel mehr als noch vor 4 Monaten. Ihr müsst also selber entscheiden, ob ihr jetzt einen Gaming PC kaufen oder noch warten wollt. Es dauert aber noch eine ganze Weile, bis Grafikkarten wieder günstiger werden. Auch in diesem PC gibt es ein Intel und ein AMD System. Das Intel System sollte man nehmen, wenn man jetzt im Moment die meiste Gaming Leistung haben möchte. Das AMD System, wenn man auch noch solche Sachen macht wie Videoschnitt und Streaming oder so. Als erstes das AMD System als Prozessor der AMD Ryzen 7 1700 mit 8x3,0 GHz. Er hat einen maximalen Turbotakt von 3,7 GHz, 65 Watt TDP, unterstützt Dual Channel. Er hat SMT, das bedeutet jeder kann hat 2 Threads, also ein theoretischer 16 Kerner und man kann ihn wie jeden Ryzen Prozessor frei übertakten. Und das sollte man auch, denn 3,8 GHz sind in der Regel mindestens drin. Damit sollte er für Gamer die nächsten 4-6 Jahre super ausreichen. Dazu als CPU-Kühler der EKL Alpenfön Ben Nevis Advanced. Es ist ein Kühler mit einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und mit ihm kann er den Prozessor leise übertakten. Und nun zum Mainboard das MSI B350 Gaming Pro Carbon mit dem AMD B350 Chipsatz. Es hat USB 3.1, SATA 3, 4 DDR4 RAM-Bänke, Pisa Express 3.0, einen M2-Slot, 7.1 Sound und am IO-Panel einmal PS2, zweimal USB 2, DVI und HDMI. Die Grafikanschlüsse vom Mainboard können allerdings nicht genutzt werden, da der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. 4x USB 3, eine LAN-Buchse, einmal USB 3.1 und einmal USB Typ C und 5,3,5 mm Klinken sowie ein Tostlink für den Sound. Jetzt das Intel-System als Prozessor der Core i5 8600K mit 6x3,6 GHz. Er hat einen Turbo-Takt von 4,3 GHz, 95 Watt TDP, eine integrierte Grafikeinheit, unterstützt Dual Channel und hat einen KM-Namen, was heißt er hat einen freien Multiplikator, also freies Übertakten. Mit Übertaktung gehörte er auch derzeit zu den besten Gaming-Prozessoren und er selte für Gamer die nächsten 4-5 Jahre ohne Probleme ausreichen. Dazu als Kühler ein Thermal-Ride-Macho, es ist ein großer und starker CPU-Kühler und mit ihm kann man den Prozessor auch etwas übertakten. Nun zum Mainboard, das Gigabyte Z370 HD 3P mit dem Intel Z370 Chipsatz. Es hat USB 3.1, SATA 3, 4 DDR4 RAM-Bänke, PCI-Express 3.0, 2 M.2 Slots, ein 7.1 Soundchip und am IO-Panel 2x USB 2, 1x PS2, VGA, Defoe und HDMI für die integrierte Grafikeinheit des Prozessors, 1x USB 3.1 und 1x USB Tip C, 4x USB 3, eine LAN-Buchse und 6,3,5 mm Klinken für den Sound. Jetzt die Komponenten für beide PCs. Als Arbeitsspeicher 16 GB Crucial Ballistic Sport, DDR4 2400 und CL16 sind normal schnell, da es aber ein 1,2 Volt Arbeitsspeicher ist, kann man ihn noch sehr gut übertakten. Es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann ihn im Dual-Gel-Modus betreiben, außerdem ist er Dual-Ranked und 16 GB sind für Gamer die nächsten paar Jahre auf jeden Fall genug. Auch in diesem PC ist eine SSD natürlich Pflicht, hier eine Crucial MX500 mit 250 GB, es ist eine schnelle SSD und 250 GB reichende Regler, so das Betriebssystem, alle Programme und ein bis zwei Spiele. Für die restlichen Daten als Festplatte eine 1 TB von Toshiba, sie gehört mit 7200 Umdrehungen und 3,5 Zoll zu den schnellsten Desktop-Festplatten und 1 TB sollen für die meisten unter euch locker ausreichen. Nun zur Grafikkarte, eine 8 GB Pallet GeForce GTX 1070 Dual, dank dem niedrigen Stromverbrauch und einem normal großen Kühler wird sie nicht allzu laut, es hat als Anschlüsse für den Monitor 3x Displayport, 1x HDMI und 1x DVI und mit ihr sollte man die meisten derzeitigen Spiele auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Jetzt zum Netzteil, das 500 Watt Be Quiet Pure Power 10, es ist ein Multi-Ray DC-DC Netzteil mit 80 plus Silber und 500 Watt sind für den PC mehr als genug, man hat als noch Platz zum Aufrüsten. Und zu guter Letzt das Gehäuse, ein Be Quiet Pure Base 600, es ist ein schlichtes, schallgedämmtes Gehäuse mit sehr viel Platz und Komponenten, außerdem ist ein 140 mm und ein 120 mm Lüfter bereits vorinstalliert, aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Das war's dann aber auch mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, falls die Zusammenstellung älter als 2 Monate alt ist, bitte in die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken, dieser führt euch immer zur neuesten Version, dann bis zum nächsten Video.